Das Wasser ist schon warm, die machen schon richtig Druck. Der ist gar nicht so groß wie er aussieht. Ordentlicher Fisch, aber was soll´s. So, da ist er, ist ihm der Köder ins Maul gefallen. Ja, der ist auf den kleinen Rickwalker gekommen, weil ich den ein bisschen leichter, ein bisschen softer durchs Kraut fischen konnte, durch die Seerosen und wie ihr seht, so klein ist er gar nicht. Das passt schon alles.